Hallo zusammen, danke fürs Reinklicken. Heute stelle ich euch wieder die Testboards aus unserem Wavetest 85 vor, den ihr in der Ausgabe 11.12.2021 lesen werdet. Wie immer zeige ich euch die Features und die Details zu den einzelnen Boards. Wir haben acht Boards innerhalb dieser Gruppe in diesem Jahr. Es ist ein bisschen weniger als in den letzten Jahren, liegt einfach daran, weil nicht mehr zu bekommen war. Obwohl wir die Boards schon vor Monaten teilweise auch angefordert hatten, sind die üblichen Lieferschwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie für Waren aus Asien immer noch ein Thema. Und das ist das, was im Moment verfügbar ist. Wir werden euch aber in einer der kommenden Ausgaben auch noch Quattro, Goya, JP und auch Bruchboards vorstellen. Auch so denke ich, dass diese Gruppe sehr, sehr interessant ist, weil wir da auch Boards dabei haben, die wir in der Vergangenheit noch nicht vorgestellt hatten in Wavetests. Zum Beispiel den Patrick hier oder auch den sehr günstigen F2 Barracuda, der nur 1.400 Euro kostet. Und ich denke, interessante Gruppe. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen zu einzelnen Boards oder Konzepten habt, hinterlasst gerne einen Kommentar unterhalb des YouTube-Videos. Wir antworten euch gerne und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß damit. Ja, los geht's mit dem F2 Barracuda. Der Barracuda ist ein Board, was komplett neu entwickelt ist von Shaper Paul Simmerl. Hat also nichts mehr mit dem alten Barracuda, den ihr vielleicht noch von früher kennt, zu tun. Und dieses Board ist von 65 bis 115 Liter verfügbar. Und F2 baut die Board selbst. Das bedeutet, dass das also kein Cobra Shape ist und das Board mit 13,199 Euro eben deutlich günstiger verkauft wird als alle anderen Konkurrenzboards. Bei diesem Preis ist dann auch noch ein vollwertiges Boardbag und auch die Finnen dabei. Und insofern ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was dieses Board kann auf dem Wasser, aber was auch die Features hier an Land so zu bieten haben. Und wenn wir uns das mal hier so angucken, dann sieht man, dass vielleicht, erst mal auf die Pads hier geblickt, dass die Pads eben ja nicht sonderlich dick sind. Die sind nicht schlecht. Wir hatten hier einen guten Halt beim Testen, aber sie sind doch ein bisschen weniger gedämpft, als das bei anderen Marken der Fall ist. Die Schlaufen werden vorne wie hinten einfach verschraubt. Auch das ist okay, aber es ist jetzt kein, nicht der Platin-Standard, wenn man so will, weil bei den meisten Marken ja zumindest hinten dann auch eben doppelt geschraubt wird. Die Schlaufen an solche sind aber durchaus bequem und auch weich. Eine Sache ist uns aufgefallen beim Testen, dass nämlich der Abstand zwischen Schlaufen und Massspur hier deutlich größer ausfällt bei diesem Board. Das heißt, wir haben hier so sechs, sieben, acht Zentimeter Unterschied, den wir hier gemessen hatten zwischen Massspur und Schlaufen. Wie sich das auswirkt, werdet ihr dann eben auch im Test lesen. Ja, wir werfen noch mal einen Blick auf die Unterseite. Und zwar ist uns erst mal aufgefallen, auch beim Testen natürlich, dass das Board hier im Heckbereich relativ dick ist, viel Volumen hier hinten im Heck hat. Dicke Kanten. Das Board wird als Quad ausgeliefert mit den K4 Fins. Die sind eher ein bisschen weicher, sind Kunststofffin, sind aber was die Haltbarkeit angeht absolut vergleichbar, also überhaupt keine Nachteile. Was uns nicht so gut gefallen hat, war einerseits die Passform der Boxen. Da war es sehr schwer, die Finne so richtig einzupassen. Und vor allem auch, dass wir hier mit FCS-Schlüsseln Schrauben, das kennt ihr vielleicht von Wellenreitern, mit sehr kleinem Kopf genaddeln die natürlich auch schneller aus, als jetzt eben die richtigen Schraubenköpfe. Das ist in unseren Augen nicht ganz ideal gelöst. Wir wollen noch einen Blick auf den Unterwassershape werfen. Der ist relativ unauffällig. Das heißt, wenn wir hier im Mittelbereich gucken, dann sieht man, dass das fast Plan ist. Leichte Doppelkonkaven hier drin. Und das Ganze zieht sich dann eigentlich auch in den Bereich der Schlaufen. Und im Heckbereich bekommt das Board dann ein leichtes V. Das heißt, die Mittellinie liegt hier ein bisschen höher als die Rails. Und das soll so ein bisschen Dämpfung und weiches Einsetzen bringen. Und ja, bei diesem Board natürlich besonders interessant zu sehen, wie sich das am Wasser so schlägt. Und das lest ihr natürlich dann auch wieder im Test. Wir machen weiter mit der Fnatic Mamba. Dieses Board gibt es in vier Größen. 78, 84, das war unsere Testgröße, 94 und 104. Die kleinen Größen, also 78, 84, wurden so ein bisschen mehr auf Drehfreudigkeit optimiert. Laut Aussage des Herstellers 94 und 104 dann eher so ein bisschen Richtung Gleiten mit flacherem Rocker optimiert. Und dieses Board ist ja der Nachfolger, das Modell Stubby. Stubby ist also nicht mehr in der Range von Fnatic enthalten, hat aber viele Shape-Merkmale dieses Vorgängermodells. Zum Beispiel eben diese eher gerade Outline. Das heißt, wir haben relativ wenig Kurve hier im Rail. Das ist ja auch etwas, was den Stubby so ausgezeichnet hat. Auch der Unterwasser Shape und die Rails wurden sehr stark an den Stubby angelehnt. Und wenn wir uns hier mal so die Features dieses Boards angucken, dann fällt eine wesentliche Änderung auch zu den Vorjahresmodellen auf. Dass man nämlich die Schlaufen jetzt überall doppelt schraubt, ist in unseren Augen ein sehr gutes Feature, weil man eben nichts mehr verdreht, es reißt nichts mehr ab. Und die Schlaufen als solche sind seit Jahren gleich. Sie sind sehr bequem, weich, wir hatten überhaupt nichts zu meckern. Und auch das relativ feste Pad, man hat da einen guten Stand drauf. Und auch da hatten wir keinerlei Probleme mit. Ja, dann gucken wir einmal auf die Unterseite rum. Auch hier gibt es einiges zu erzählen. Vielleicht erstmal noch kurz zum Fin-Setup. Die Mamba ist ein Thruster im Gegensatz zum Grip, der ja als Quad ausgeliefert wird. Das heißt, das Board soll also auch durch die Fin-Bestückung so ein bisschen mehr auf Gleiten optimiert sein. Die mit diesen Finnen. Das gilt aber auch für andere Marken. Hier hinten im Heck haben wir noch so einen kleinen Channel. Und ansonsten wollen wir noch einmal kurz auf den Unterwassershape gucken. Da haben wir hier vorne eine leichte Monokonkave. Monokonkave bedeutet, dass die Centerlinie ein bisschen tiefer liegt als die Außenkanten sozusagen. Und das Ganze setzt sich dann im Mittelbereich sofort und geht dann über in eine Doppelkonkave hier in der Mitte. Und hier hinten haben wir dann eben ein V. Das heißt, hier liegt die Mittellinie ein bisschen höher als die Rails. Die Latte schaukelt hier so ein bisschen rüber. V ist im Normalfall etwas, was für weiches Einsetzen und für Dämpfung eben sorgen soll. Wie dieses Board fährt, ihr liest es dann wie immer auch in der Ausgabe 11-12. Ja, als nächstes haben wir hier den Nash Assault Custom Quad. Das ist ein neues Modell in der Nash Range. Das Modell Assault kennt ihr aus den letzten Jahren schon. Das ist dieses Stubby ähnliche Board, was wir euch schon vorgestellt hatten. Mit breiterem Heck, schnellem Rocker und so weiter. Wenn ihr die Infos dazu haben wollt, ihr findet diese in der Ausgabe 11-12-2020. Das ist das Custom Quad oder der Custom Quad. Ein Board, das ihr bestellen könnt oder was auf Bestellung hergestellt wird. Das heißt, ihr könnt beim Nash-Händler eures Vertrauens dieses Board in vier Größen zwischen 78 und 96 Liter ordern und dann dauert es eine Weile und irgendwann kommt es dann aus dem Karton und es kommt als sehr leichtes Board aus dem Karton. Mit Abstand das leichteste, was wir jetzt in dieser Testgruppe hatten. Deutlich unter sechs Kilo wiegend. Und wenn man sich das Board mal so anguckt, dann sieht man schon, dass das alles ein bisschen performance-orientierter ist als jetzt der normale Assault. Sehr schmaler Bug, auch ein sehr schmales Heck hier hinten und dementsprechend dann mehr Kurve hier im Mittelbereich, also insgesamt rundere Outline. Und ich möchte euch noch kurz ein bisschen was hier zu den Features einmal erzählen. Und zwar, wenn wir uns hier einmal die Pads angucken, dann sieht man erstmal, dass die Pads durchaus griffig sind, auch gut und dick gepolstert. Wir haben seit Jahren die gleichen Schlaufen von Nash, die sind weich, bequem, da gab es überhaupt nichts auszusetzen. Wenn wir uns einmal die Verschraubung angucken, dann sieht man, dass Nash hier hinten doppelt verschraubt und das Gleiche sieht man auch dann vorne. Das heißt, komplett doppelt verschraubt. Hier werdet ihr also keine Probleme mit abgerissenen Schrauben oder verdrehten Schlaufen oder so haben. Dann gucken wir noch einmal auf die Unterseite rüber. Und wenn wir hinten gleich beim Heck bleiben, dann seht ihr, in diesem Board sind keine Finnen. Es gehören keine Finnen dazu. Wir haben dieses Board mit Quad-Setups von anderen Marken getestet, Finnen von Schoko, K4 und so weiter. Von der Größe her kann man sagen, 14 bis 15 Zentimeter für die Center-Fin, 10 für die Außen-Fin. Das war so eine gute Finnengröße, die bei uns eigentlich für alle Tester gepasst hat. Und dann wollen wir noch einmal kurz auf das Unterwasserschiff gucken. Da sieht man eben, dass das Board hier deutlich monokonkav im Vorderbereich oder im Mittelbereich, im Bereich der Massspur ist. Monokonkaven bringen im üblichen, üblicherweise ein bisschen Lift ins Board, machen das Board eher frei. Und wenn wir hier weiter nach hinten gehen, dann sieht man, dass sich das hier hinten so fortsetzt. Also von vorne bis hinten monokonkav. Und wenn wir uns noch einmal so den Längsrocker so ein bisschen angucken, dann sieht man, dass dieses Board weniger Aufbiegung im Heckbereich hat. Hier ein paar Millimeter, als man es vielleicht erwarten würde. Es ist also jetzt kein Board, was jetzt extrem radikal ausgelegt ist, was so den Tail-Rocker angeht. Und auch da ist natürlich spannend, wie es fährt. Und das lest ihr dann natürlich im Testbericht. Weiter geht's mit dem Patrick QT Wave 88. Dieses Modell gibt es in acht Größen, von 68 bis 113 Liter. Und wir haben die Größe 88 hier in unserer Testgruppe dabei gehabt. Mit 58,5 ist das Board, was die Breite angeht, im normalen Rahmen. Ist als Wave Allrounder konzipiert. Bezüglich der Länge ist das Board ein bisschen gestreckter. 2,28 ist schon eher am oberen Ende der Fahnenstange. Und daraus ergibt sich natürlich auch so ein bisschen gestrecktere Outline. Einmal kurz hier auf die Features zu sprechen, sieht man, dass wir hier gute Schlaufen haben. Das sind weiche Schlaufen, die bequem sind. Die sind vorne einfach geschraubt. Und die Pads sind sehr fest, sind hier aber zweilagig. Das heißt, die sind unten drunter nochmal weicher unterfüttert und bieten wirklich eine gute Dämpfung und sind auch ein bisschen dicker, als das üblicherweise so Standard ist. Hier hinten auch einfache Verschraubung. Bei der hinteren Schlaufe finden wir, dass eigentlich eine Doppelschraube gut ist, weil sich die Schlaufen dann eben da nicht verdreht beim Wellenabreiten. Und dann gucken wir auch bei diesem Board noch einmal auf die Unterseite rüber. Dann sieht man erstmal fünf Kästen. Das ist natürlich für alle gut, die Fin-Tuning machen wollen. Das heißt, ihr könnt dieses Board fahren als Single-Fin, als Twinser, als Thruster und auch als Quad, wie er hier auch ausgeliefert wird. Es sind relativ starre und robuste G10-Fin dabei. Also relativ hartes Material, die auch eben so Steinkontakt ja auch mal gut verzeihen. Wir gucken nochmal, oder wenn man hier so vielleicht kurz auf Heck zu sprechen kommt, hat hier so einen kleinen angedeuteten Winger drin. Das heißt, im Bereich der hinteren Schlaufe wird das Heck dann nochmal deutlich schmaler, so ein leichter Knick. Das macht man eben, um das Board über den Hinternfuß noch ein bisschen loser drehen zu können. Und jetzt gucken wir noch einmal auf den Unterwassershape. Dann sieht man, dass das Board im Mittelbereich relativ plan ist. Leichte Doppelkonkarven hier außen. Und wenn wir weiter nach hinten kommen, dann sieht man ganz leichtes V. Das heißt, die Mittellinie liegt minimal höher als die Rails. Leichte Doppelkonkarven. Und das zieht sich dann auch vor den Fin sofort. Als nächstes haben wir hier den Roberto Ricci Kalt. Dieses Modell hatten wir euch im letzten Test auch schon vorgestellt, in der Größe mit 82 Litern. Die Shapes sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wir haben aber in diesem Jahr den 88er getestet. Einfach aus dem Grund, dass wir keine Dublette mit reinnehmen wollen. Und wenn ihr euch eher für das kleinere interessiert, könnt ihr ja nach wie vor auch den Test aus dem letzten Jahr nachlesen in der Ausgabe 11.12.2020. Mit 88 Litern und knapp 58,7 hatten wir gemessen. Breite ist dieses Board aber auch keinesfalls irgendwie zu groß für die Testgruppe, sondern liegt da noch im ganz normalen Rahmen. Es ist deutlich oder knapp unter 220 lang, also ein relativ kompaktes Board. Spitzer Bug hier in der Mitte, eben relativ breit. Und hier im Heckbereich haben wir dann eben diese massiven Winger, die dann dazu führen, dass wir also ein relativ schmales Heck bekommen. Der Grund, dass man das macht, ist eben, dass man versucht, das Board über den Hinternfuß eben noch drehfreudig werden zu lassen. Und da würde eben zu viel Breite stören. Und aus diesem Grund kann man eben ein schmales Heck mit einer relativ parallelen Kanten-Outline kombinieren. Wir gucken einmal auf die Features wie die Pads und die Schlaufen. Und da lässt sich sagen, dass erstmal die Pads relativ fest sind und die Schlaufen hinten doppelt geschraubt werden. Das ist natürlich ein Vorteil. Beim Wellenarbeiten kann sich nichts verdrehen, auch wenn die Schraube vielleicht mal nicht ganz bombenfest sitzt. Vorne wird dann einfach geschraubt und ihr habt bei diesem Board einen relativ großen Spielraum von vorne nach hinten. Das heißt, ihr könnt das Board gut anpassen. Wir haben die mittleren zwei Löcher verwendet und damit hat das Board eigentlich gut funktioniert. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit auf Körpergröße und Fahr- oder persönliche Fahransprüche dann eben auch entsprechend zu tunen. Ja, wir gucken einmal uns die Unterseite an. Erstmal zu den Finnen. Das Board wird auch wie im letzten Jahr schon mit Kunststoff-Fin von K4 ausgeliefert. Die Finnen sind robust. Wir hatten da im Test eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln. Die sind relativ weich, auch relativ stark geraked. Und ihr habt bei diesem Board die Möglichkeit eben sämtliche Fin-Setups zu nutzen. Vom Thruster, wie er auch verkauft wird über Twinser oder auch Quad oder natürlich auch Single-Fin, wenn ihr das möchtet. Kurz noch zum Unterwasserschiff. Ich hole hier einmal die Messlatte ran. Und dann sieht man, dass auch hier die wesentlichen Merkmale des 82er aus dem letztjährigen Test so beibehalten wurden. Nämlich eine Monokonkave, ausgeprägte Monokonkave hier im Vorderbereich. Die Mittellinie liegt also ein bisschen tiefer. Das Ganze soll das Board freimachen und auch Lift bekommen. Ihr seht, dass wir hier im Mittelbereich diesen Channel haben, der sich so durchzieht. Das versucht man, um eben einen planen Center-Bereich zum Gleiten zu schaffen und trotzdem hier außen Kurve zu bekommen, wenn das Board auf dem Rail steht, dass es eben gut drehen kann. Diese Monokonkave setzt sich dann von vorne nach hinten immer weiter fort und wird hier hinten sogar noch ein bisschen stärker. Ihr seht, hier passt der Finger schon ganz ordentlich drunter. Und dann wollen wir auch noch einmal auf den Rocker gucken, auf die Längsachse. Dann sieht man, dass das Board vor allem hier im Heckbereich durchaus markanten Tail-Kick hat. Das ist also überdurchschnittlich viel. Hier passt fast der ganze Finger drunter. Und wie sich das dann auswirkt, das haben wir natürlich im Test dann auch herausgefunden für euch. Wir machen weiter mit dem Severn Pyro 87. Dieses Board gibt es in sieben Größen von 74 bis 105. Und wir hatten euch dieses Modell ja auch schon im Laufe des Jahres in einer Kurzvorstellung vorgestellt. Umso spannender ist es natürlich zu sehen, wie sich das jetzt im Vergleich mit allen anderen Modellen auch schlägt. Wenn man sich den Shape so anguckt, dann fällt auf, dass das relativ kompakt ist mit 220. Und eher ein bisschen breiter mit knapp 59 als der Gruppendurchschnitt. Wenn man sich hier das Ganze von der Seite anguckt, sieht man, dass der Bug relativ dünn gehalten ist. Also da steckt jetzt nicht ganz so viel Volumen drin wie bei anderen Boards. Und die Features hier an Deck sind auch auf jeden Fall der Rede wert. Die Pads fallen bei dem Board relativ fest aus, aber sehr griffig und auch in keinster Weise jetzt irgendwie unkomfortabel. Man hat da einen guten Stand, aber auch nicht ganz so viel Dämpfung. Die Schlaufen sind super weich und bequem. Da hatten wir überhaupt nichts zu meckern und werden mit einem Innensechskant geschraubt. Das macht natürlich auch Sinn, weil man den nicht so leicht ausleiert wie jetzt die normalen Kreuzschrauben. Vorne wird einfach geschraubt und wenn wir hier nach hinten gucken, dann sieht man, dass hier hinten eben doppelt geschraubt wird. Das heißt, hier verdreht sich dann auch mit Sicherheit nichts. Das Pad hier hinten hat hier nochmal so einen kleinen Spoiler oder wie auch immer man das dann nennen will. Wenn man hier also drin steckt, sich beim Abreiten irgendwie stark verdreht, dann kommt man hier mit dem Fuß nochmal gegen und hat noch so ein bisschen extra Halt. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ja, wir gucken uns auch bei diesem Board nochmal die Unterseite an. Erstmal vielleicht kurz zu den Finnen. Das Board wird, wie ihr sehen könnt, als Quad ausgeliefert, hat aber die Möglichkeit sämtliche Finnen Setups zu schrauben. Ihr habt fünf Boxen, alles auf Slotbox, relativ wenig Spielraum von vorne nach hinten. Das muss kein Nachteil sein. Die Center Finnen sind mit 14 Zentimetern relativ kurz. Wenn ihr schwer seid, wenn ihr groß seid, könnt ihr hier, ohne jetzt den Testergebnissen vorwegzugreifen, vielleicht auch so ein kleines bisschen noch upgraden und ein bisschen längere Center Finnen auch nutzen. Es passt der gleiche Schlüssel wie auch bei den Schlaufen. Der passt im Übrigen auch für die Severn Lattenspanner. Das heißt, ihr könnt ihr mit einem Tool eben dann auch alles bedienen. Wir gucken auch hier noch einmal auf den Unterwassershape. Und zwar hat dieses Board eine Monokonkabe von vorne bis hinten. Also hier liegt die Mittellinie ein bisschen tiefer. Und das Ganze setzt sich dann letztendlich bis hinten durch. Auch hier haben wir noch eine Monokonkabe. Und wenn wir einmal auf den Längsrocker gucken, dann fällt auf, dass dieses Board, vielleicht auch wenn ihr die anderen Severn Shapes so ein bisschen vor Augen habt, deutlich weniger Tail Kick, also Tail Rocker hat als beispielsweise die Modelle Marco und Nano. Da wäre jetzt hier deutlich mehr Luft unter der Latte. Hier sind es nur ein paar Millimeter. Das soll eben dann diesem Anspruch das Board auch für Gleitbedingungen vor allem zu optimieren Rechnung tragen. Und ob dieses Konzept aufgeht, lest ihr im Test. Ja, wir machen weiter mit dem Starboard Ultracode 86. Ein alter Bekannter aus den letzten Jahren. Und ein gutes Beispiel dafür, dass man sich vom Volumen, vom nominellen Volumen nicht zu sehr leiten lassen sollte. Mit 86 Litern ist das ja so im ganz normalen Bereich. Wenn man sich das anhand der Breite mal anschaut, fällt allerdings auf, dass das Ding knapp 60 Zentimeter breit ist. Und das macht es dann eben doch schon zu einem recht großen Board auch im Vergleich mit den anderen. Das Board ist in diesem Jahr nur noch in einer Bauweise erhältlich, in dieser Carbon Bauweise. Letztes Jahr gab es noch zwei Bauweisen. Die Carbon Bauweise ist allerdings 400 Euro günstiger geworden. Das ist ja auch durchaus mal eine Erwähnung wert. Und wir gucken uns natürlich auch hier nochmal so ein bisschen die Features an. Nämlich zum Beispiel die Pads. Die sind gewohnt gut griffig und vor allem relativ weich. Also weicher als es jetzt bei anderen Marken auch der Fall ist. Die haben sehr viel Dämpfung. Auch die Schlaufen sind schön weich und sehr bequem. Die Schlaufen werden vorne einfach geschraubt. Allerdings verwendet Starboard diesen Torx Schrauben und auch dickere Schrauben. Und das macht das eben dann doch in unseren Augen auch überdurchschnittlich robust. Hinten wird dann wieder doppelt geschraubt. Auch natürlich mit diesen Torx. Und da könnt ihr also, müsst ihr keine Sorgen haben, dass irgendwas abreißt oder verdreht. Ja, wir gucken auch bei diesem Board mal auf die Unterseite. Da ist in erster Linie das Fin Setup natürlich interessant. Der Ultracode wird traditionell als Thruster ausgeliefert. 19er Center Finne. Relativ große Side Fins. Hat aber über die Boxen alle Möglichkeiten. Zumindest in dieser 5 Star Edition. Es gibt das Board auch nur mit drei Kästen. Wer sich also auf den Thruster festlegen will. Und die Boxen sind insofern interessant, weil es dieses Star Box System ist. Das ist eine Kombination aus US Box und Slot Box. Das heißt, hier ist so eine kleine Platte vormontiert. Das ist quasi der Anschlag und auch die gemerkte Position für die Finne. Dann klickt man die hier einfach unter. Drückt die nur hinten rein. Und fixiert die hier mit dieser einen Torx Schraube. Und das bedeutet für euch, ihr könnt Zubehör-Finnen, beispielsweise Seegas-Finnen als US Box-Finnen verwenden. Oder ihr könnt auch Slot Box-Finnen verwenden, wenn ihr euch die vorne einfach in Handarbeit sozusagen einmal so ein bisschen einkerbt. Das kann ja also dann durchaus auch interessant sein. Ansonsten fällt hier noch auf, dass die Center Finne relativ viel Spielraum von vorne nach hinten hat. Ihr könnt also tunen. Und auch die Abdeckungen hier, die werden mitgeliefert. Die sind eben sehr akkurat gemacht. Da ist also nichts, was frei bleibt. Und das unterstreicht eben auch so ein bisschen diesen hohen Standard, den die dieses Board insgesamt, was die Ausstattung angeht, auch bietet. Wir gucken noch einmal auf das Unterwasserschiff. Und zwar, da sieht man, dass dieses Board im Gegensatz zu den vielen Monokonkarven-Boards, die wir jetzt auch schon so in der Vorstellung gesehen hatten, so ein bisschen abweicht. Wir haben hier ein Board mit leichtem V. Mittellinie liegt ein bisschen höher für weiches Einsetzen. Die Latte schaukelt hier so ein bisschen rüber und das setzt sich dann auch von vorne nach hinten sofort. Und wenn wir uns den Längsrocker noch einmal angucken, dann sieht man, dass dieses Board relativ wenig Tailkick hat oder moderaten Tailkick hat. Hier passt nur auf jeden Fall nicht der Finger zwischen. Also zwei, drei, vier Millimeter vielleicht. Und auch hier werdet ihr natürlich alle Details und Fahreindrücke im Test lesen. Ja, last but not least haben wir einen alten Bekannten, den Tabu da Curve, das Traversa-Spielzeug, wenn man so will. Und dieses Board ist auch seit Jahren eher klassisch gehalten. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Länge, knapp 2,27 cm lang, ein bisschen gestreckter Outline. Und auch dieses Board ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich eben nicht so sehr auf das aufgedruckte Volumen verlassen sollte. Denn es hat zwar mit 88 Litern nominell sehr, sehr viel Volumen, ist aber mit nur 57,5 cm Breite eines der schmalsten Boards. Und das merkt man natürlich auch beim Fahren, ohne jetzt den Testergebnissen hier schon vorwegzugreifen. Wir gucken uns auch hier mal so ein bisschen die Features an. Da ist in erster Linie mal interessant die Pads. Wir haben das auch in den letzten Jahren schon immer wieder erwähnt. Man sieht es, dass die hier im Fersenbereich sehr dick unterfüttert sind. Man steht hier mit der Hacke auf diesem weich gepolsterten. Das kann sehr angenehm sein. Es kann aber auch ein bisschen unangenehm sein, wenn der Fuß einfach nicht so zu dieser vorgegebenen Struktur so passt. Wir wollen nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Für manche passt es sehr gut, für manche eben nicht. Die Schlaufen als solche sind vielleicht ein Ticken schmaler als bei anderen Marken, aber wir hatten da eigentlich keine Probleme mit. Sie lassen sich gut verstellen, sind auch schön weich und werden hier vorne einfach geschraubt, klassisch geschraubt. Und hinten haben wir dann eine Doppelverschraubung, um eben zu verhindern, dass sich beim Wellenabreiten irgendwas verdreht oder irgendwas abreißt. Auch hier gucken wir uns natürlich noch die Unterseite an. Wir fangen auch hier mal an mit den Finnen. Der Dacurve ist klassischerweise ein Thruster. Ihr habt auch nur diese drei Boxen, das heißt ihr seid auf den Thruster oder eben auf die Single Fin festgelegt. Die Finne als solche, die Center Finne als solche, ist mit 18 cm von der Länge her ganz normal, ist aber aus G10 gefertigt. Das heißt, die ist eher ein bisschen steifer, ist auch sehr robust. Das haben wir also auch schon immer wieder in den letzten Jahren gemacht, diese Erfahrung, dass diese G10 Finnen einfach bei Steinkontakt so ein bisschen mehr abkönnen als eben diese laminierten Finnen. Wir haben hier hinten im Heck noch diesen kleinen Channel drin und wir haben insgesamt eher ein schmales Heck. Auch das passt eben zu dieser generell eher schmalen Outline, dass wir hinten eben dann doch ein kleines schmales Heck dann auch bei diesem Board haben. Und wir wollen noch einmal kurz auf den Unterwassershape gucken. Da sieht man, dass wir hier im Bereich der Mastspur ein V haben, das heißt Mittellinie höher. Die Latte schaukelt hier so ein bisschen rüber und das Ganze zieht sich dann von vorne bis hinten so weiter mit leichten Doppelkonkarven hier drin und auch hier hinten vor den Finnen. Und wenn wir uns den Längsrocker angucken, dann ist das auch insofern interessant, weil viele ja von euch vielleicht noch den alten Dark Curve kennen, also von vor einigen Jahren. Das war ein Board, was sehr Wave Performance orientiert war, das heißt mit viel Tail Kick. Das ist schon seit einigen Jahren Zeit jetzt nicht mehr der Fall. Ihr seht, hier passt also nur kaum die Fingerspitze drunter. Zwei, drei Millimeter Tail Kick. Also dieses Board ist deutlich moderater geworden, als das in der Vergangenheit auch der Fall war. Ja, das war es erstmal von meiner Seite zum Test der 85 Liter Waveboards. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr letztjährige Modelle im Vergleich lesen wollt, könnt ihr das in der Ausgabe 11.12.2020 noch tun. Und bei Fragen, wie gesagt, immer gerne kommentieren. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Test und auch die Ausgabe darauf nicht verpassen, weil da ja noch einige Boards nachgeliefert werden. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.